Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir fahren jetzt auf den Hof. Ich habe euch gestern bei Instagram gefragt, ob ihr ein Follow Me Around haben wollt. Es haben über 3000 abgestimmt für Ja, 20 oder 30 haben Nein gedrückt. Die Mehrheit hat gewonnen, also gibt es ein Follow Me Around. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.